Musik BMW verwendet weltweit umweltfreundliche Wasserbasislacke. Die Karosserie ist elektromagnetisch aufgeladen und zieht so die Lackpartikel geradezu magisch an. Und Lackteilchen, die trotzdem nicht auf dem Autoland liegt, werden in einem geschlossenen Abwasserkreislauf herausgefiltert und das Wasser anschließend wieder aufbereitet. Schließlich fährt die Karosserie in die Trockenkammer. Erst durch das Einbrennen erhält der Lack die notwendige Festigkeit und Härte gegen Umwelteinflüsse und Beschädigungen. Im Lackfinish wird die Oberfläche genau überprüft. Mit einem speziellen Messgerät wird die Beschaffenheit der Lackschicht auf einen Tausendstel Millimeter genau gemessen. Erst wenn die Lackierte Karosserie den hohen BMW-Qualitätsanförderungen entspricht, wird sie für den nächsten Produktionsabschnitt freigegeben. Im vollautomatischen Hochregallager bleibt unsere topazblaue Karosserie dann so lange, bis sie in der geplanten Reihenfolge von der Montage abgerufen wird. Musik Zu Beginn der Montage wird die Fahrgestellnummer eingeritzt. Und somit das Auto direkt einem konkreten Kunden zugeordnet. Musik Damit die Mitarbeiter besser in das Auto kommen, werden die Türen ausgebaut und zur Fertigstellung in die separate Türenmontage weiterbefördert. Eine ausgefeilte Logistik sorgt dafür, dass die Türen rechtzeitig zum Einbau wieder beim Fahrzeug sind. Musik Mit dem Kabelbaum wird die Grundlage dafür geschaffen, dass die Fahrzeugsteuergeräte miteinander kommunizieren können. Und das mit einer Datenübertragung von bis zu 500.000 Informationen pro Sekunde. Musik In der sogenannten Schwenkmontage wird die Karosserie so gedreht, dass die Mitarbeiter in einer ergonomisch büßtigen Position arbeiten können. Musik An der Fahrzeugunterseite wird der Tank montiert, in dem 63 Liter Kraftstoff Platz finden. Musik Für die Sicherheit von Fahrer und Beifahrer äußerst wichtig ist der Kopf Erde. Musik Das kommt gut. Das Cockpit, in dem später die Instrumente Platz finden, ist voll recycelbar. Musik Der Beifahrer-Airbag Das Radio Der Tacho- und Drehzahlmesser vervollständigen es. Musik Und auch vorne bekommt der BMW sein Logo. Musik Roboter sorgen dafür, dass die Scheiben genau eingepasst werden. Beim Einbau der Sitze arbeiten Menschen und Maschine Hand in Hand. Musik Und wenn auch die Gurte befestigt sind, könnte man eigentlich schon Platz nehmen. Musik Auch beim Türen-Einbau werden die Mitarbeiter aus ergonomischen Gründen von maschinellen Tragehilfen unterstützt. Musik Noch das Lenkrad, dann ist der Innenraum des Autos so gut wie komplett. Musik Das Wichtigste fehlt natürlich noch. Der Motor. Er wird jetzt aus dem Motorenlager geholt. Motoren werden bei BMW im Produktionsnetzwerk gebaut. Das heißt, die verschiedenen BMW-Werke bauen unterschiedliche Fahrzeug- und Motortypen. Der Dieselmotor, der in unseren Topaz-Blauen Dreier eingebaut wird, kommt aus dem BMW-Motorenwerk im österreichischen Stein. In München werden unter anderem alle 6-, 8- und 12-Zylinder-Benzinmotoren gebaut. Musik Inzwischen wird der Motor mit dem Getriebe verbunden. Musik 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 Musik